Ei gut, ihr hessen! Na, alles klar hier, jawoll! Alter, ich bin stinksauer! Ich bin stinksauer hier, ich bin genervt! Kennt ihr die Blödwerbung hier im Fernsehen? Der Joghurt mit der Ecke hier, ich fühl mich schon Mumbai! Mumbai? Was ist Mumbai? Sind die blöd oder was? Also wirklich, so was blöd, das hab ich noch nie gehört! Macht lieber mal den komischen Joghurt von der Ecke da und mit der Ecke, oder was weiß ich, macht lieber mal ein bisschen Äppelwoll neu und Handkäse hier! Ja, da fühl ich mich schon ganz hessisch hier! Hahaha! Allah hier, macht's gut, gell! Allah, gut!